Hey, bist du da? Bist du von dem augenblicklichen Problem überfordert? Egal, ob du es aus Idealismus oder Pflichtgefühl tust, hast du es bis zum Ende durchgehalten. Hakel kommen aus allen Gesellschaftsschichten. Im heutigen digitalen Zeitalter musst du dich nicht allein damit auseinandersetzen. Für den Presidential Hackathon 2020 durch digitale Technologien und Innovation wollen wir die Köpfe zusammenstecken und eine Strategie entwickeln, um den Status quo zu verändern. Mit den offenen Daten der Regierung wollen wir einen Check-up für Taiwan durchführen. Deine Lösung wird die Gesellschaft verändern. Du könntest der Hakel sein, der das Problem löst. Hey, bist du da? Bist du ein Team wie Hakel dieser Welt? Und er ist ein Team wie Hakel.